Herzlich Willkommen zu Projekt Evolution. Mit André natürlich. Juhu! Ja, wieder eine Folge in der Schmiede. Ja, ich hoffe mal... Es wird nicht so langweilig. Es wird die letzte und auch nicht so langweilig für euch. So, die robusten Wechselgruppen aus Magic Word habe ich jetzt fertig. Ich wollte darauf klicken. Zur Not muss die Folge jetzt ein bisschen länger werden. Ich kann nicht auf mein Zapfhahn klicken, André. Weil... Weil der Hebel auch bestimmt die ganze Dings-Triggert. Ey. Ne. Ey, dann stellen ihm vielleicht auch meine Hölzer hier. Davon, dass hier eins drin liegt. Ah, ah. Hört ihr meine Deko? Ah, ah. Ich würde sagen, die Transfer-Note hier, ne? Die kann das nicht sein. Ich baue sie jetzt auch mal ab. Baue sie ab? Und? Geht auch nicht. Warum gehen die jetzt auf einmal nicht mehr? Weiß ich nicht. Ich packe die Transfer-Note mal da rein. Andere... Andere... Aber es ist doch dahinter die Drain, ganz normal. Brauchst du vielleicht mehr als zwei Bronze da drinne? Äh, müsste trotzdem gehen. Du machst jetzt... Ne. Den Bolzen. Die packen den Bolzen rauf. Den Tuffrod, den hast du hier drinne zu liegen. Das ist ja schon fertig zum Bauen, der Tuffrod. Nein. Ich habe den falschen genommen. Ah, ich habe den falschen genommen. Alles gut. Ich habe... Oh, meine Deko wieder ran. So, so, und so, und so. Ich habe den falschen... Entschuldigung. Zack, und zack. Den Magical... Den Bolzen haben wir jetzt. Weil die beiden... Dinge, die beiden... Robusten Wood, die waren für was anderes. Für... Wo hast du den Scheiter? Dann kannst du ja wieder nachher... Bitte anschalten. Habe ich in der Kiste... Ah, nein. Schalter habe ich in der Hand. Scheiter wollte ich... Genau, der steht nämlich nicht mehr drinne. So, jetzt muss ich noch eins machen. Das sind die Bolzen. Ich möchte jetzt... Wer... Ne, die Robuste brauche ich nochmal. 1, 2, 3. Oder? 3. 1, 2, 3. Warum macht das schon wieder nicht? 3 Materialkosten. Steht unten. Möchigobot drumherum. Jetzt... Entweder leckt man Internet... Gerade ein bisschen... Oder zack. Also, ich kann bauen. Ich muss immer was... Rausnehmen. Kann auch sein. Ah, zack. Das ist fertig. André. Ja. Wo bist du? Guck mal hier. Immer noch an der Schmiede... Oh, warte. Ich bin gerade... Oh, was ist da denn Schönes? Ist das für mich? Ja, das ist dein Geschenk. Ein Manüllung-Kleaver. Ich wollte aber diesmal gar keinen Kleaver mehr haben. Aber er sieht geil aus. Den hast du trotzdem jetzt bekommen von mir. Den habe ich nämlich... Der wie? Nö. Der hat auch nur 13, 11 Schaden. Bis jetzt. Und 3 Modifier. Aber er hat 11 XP gekriegt dafür, dass ich dich geschlagen habe. Okay. So, den Bolzen haben wir jetzt fertig. Jetzt... Befiederung. Befiederung. Was war mit der Befiederung? Befiederung. Befiederung. Schleimkristalle. Wo habe ich jetzt die Schleimkristalle? Ich habe die Schleimkristalle hingepackt. Das weiß ich nicht. Ich habe vorhin mir noch gesagt, ich brauche die nicht jetzt. Ich wusste gleich, dass du sie brauchst. Du wolltest sie nicht auf mich hören. Ach, die habe ich da schon. Alles gut. Ich habe sie schon. Ich habe sie gerade noch nicht gefunden. Da war einer mal blind. Da sind sie. Und da. Einmal das. Guck mal, das sieht gleich aus wie eine Kochstation. Sieht echt wie eine Kochstation aus. Das ist egal. Ich finde das cool. So. Das haben wir. Die haben wir. Denn. Halt. Das haben wir. Das haben wir. Die haben wir. Und. Es fehlt natürlich. Da haben wir. Eins und zwei. André. Hm? Guck mal. Ach, hast du gleich zwei gebaut? Ja, natürlich. Oh Gott, du kriegst ja ein ganz anderes Visier da mit rein. Arrow Speed 4,5. Draw Speed 1,65. Okay. Ach, mit rechts ziehen. Dann wartet man und. Genau. Ach, ich schieße automatisch. Entschuldigung. Ich habe gerade dreimal auf dich geschossen. Ja. Ich habe gedacht, ich muss noch loslassen. Das ist. Also jetzt haben wir. Jetzt haben wir ein schönes Kleaver, würde ich sagen. Mit elf Angriff ist man nicht so viel. Aber ist wenigstens schon mal was. Ich möchte ein Rapier noch haben. Ja. Damit ich Knifte verdröschen kann. Das kannst du noch. Ein Rapier gucken. Ein Rapier war bei dir. Auch mal Nüllung Klinge, Rest Magical Wood. Und dann kommt nachher ganz, ganz viel Quarz drauf. Wie sieht die Rapier-Klinge aus? Rapier ist, ja gut. Dadurch, dass ich mit dem Pack spiele, die Rapier-Klinge. Ist das das zweite in der dritten Reihe? Nein, das ist das Langschwert. Also in der Mitte. Und dann das zweite von unten. Über den Bogen. Ah, über den Bogen. Also über den Kurzbogen. Über den ganz unten. Machst du die Klingel fertig? Gleich. Gleich? Ich muss erst noch fertig bauen. Äh, ich muss gucken, was für eine. Ich mach die Schablone schon mal soweit fertig für dich. Dann machen wir das halt. Hab ich noch einen Knopf? Wässer-Klinge-Schablone, Schwert-Klinge-Schablone, große... Ich geh schon mal Goldschmerzen, ne? Ja. Das hält du mir auch an. So, nach unten ist aus. Darf ich das Rohr hier auch noch verstecken? Halt, falsche. Das sieht mir nach dir aus. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Schon fertig. Jetzt brauchst du noch Gold rein. Hab das nächste verkleidet. Oh ja, sieht schick aus. Schön verkleidet. Alles in Dark Oakwood und Wirt Bricks. Zack, zack, zack. Das... So, Klinge ist fertig. Soll ich gleich nochmal Kobold und Ardite einschmeizen? Ey, ich hoffe, du machst auch mal, äh, auch zwei Klingen fertig. Weil... Willst du auch dir gleich ein Rab hier machen? Ja. Wenn, dann möchte ich ja immer, dass wir es doppelt haben. Gott, ich brauche nachher unbedingt eine Waffenkammer. So. Ich glaube, die Rüstung kommt doch nicht in den Flur. Ich glaube, hier kommt noch eine Rüstungs- und Waffenausstellung mit rein. So. Einfach nur für schick. Klinge, Klinge, Klinge. Er ist gerade am Schmelzen. Gott. Ich habe nämlich soweit alle schon fertig. Ich glaube aber, die Tische, ne, wären vielleicht besser, wenn wir die hier noch in die Ecke mit reinbasteln. So hinter dem Schmiedetresen nachher. Dann habe ich halt noch zwei Teile über. Die habe ich verkehrt gemacht für andere Pfeile. Aber nicht weiter schlimm. Kann man vielleicht mal für einen Bogen benutzen. Ich habe hier noch eine Diamantkiste. Da packe ich jetzt erstmal die Waffen rein. Wir so bauen. Hm? Ich? Ich möchte was zeigen. Ich habe... Was? Was möchtest du zeigen? Na, schwer zeigen. Ich brauche eine Klinge. Ja. Es schmilzt immer noch. Ich kann dich ändern. Aua. Bitte schlag mich nicht immer. Ich habe keine Burger mehr. Ich weiß jedenfalls nicht wo. Ich glaube, ich habe sie ins System geschmissen. Wenn ich mich zwischen den Folgen leer gemacht habe. Oder ich habe sie einfach bloß da drüben reingelegt. Ne, ich habe die welche hingegeben. Aber ist egal. Ne, das habe ich gemerkt. Aber da drüben liegen trotzdem meine Schießburger drin. Ja, guck mal. Ich habe mal meine Frucht hier, ne? Ich kann hier immer so zack, zack. Ja. So. Jetzt kommt es. Da. Mein Nullum. Eins. Danke. Zwei. Ja, reicht doch schon. Äh. Mit fünf Angriffsschaden und zwei Modifier über. Aber es hat halt Rüstungsdurchdringen. Man muss sie halt leveln, damit sie nachher irgendwann effektiv wird. Wo ist er? Wo ist er? Da. Guck mal, jetzt steht bei dir schon HP 50. Jetzt zeigt er dir auch die. Ja, stimmt. Bei dir steht auch HP 60. Ich habe ein paar mehr als Container. Wo ist die zweite Klingel? Habe ich da reingelegt gehabt. Ach so. Liegt sogar noch drin. Du brauchst es bloß rausnehmen. Ja, nochmal zum Zeigen. Sehr schön. Kriege ich jetzt noch mal eine Schelle? Hä? Kriege ich gleich noch mal eine Schelle? Ey, hör auf auf mich zu schießen. Hilfe. Hilfe. Habe ich noch? Wischen. Kein Modifier über. Schade. Auf die Pfeile. Schade, schade, schade. Guck mal. Ich habe das jetzt hier gemacht, ne? Die Verkleidung. Ja. Das sieht cool aus mit der Kiste. Hat nur kein Kistengeräusch mehr, ne? Entschuldigung, kurzer Hustenanfall. Jo, alles gut. Ähm, es ist eine Slightly larger chest. Die kriegst du halt auch auf, weil oben, auch wenn oben was drauf ist, ne? Aber hat keinen Kistenzaun, ne? Hat keinen Kistenzaun, nö. Aber ist auch nicht schlimm. Nö. Guck mal, und hier steil drin. Schon zwei Blöcke. Das ist doch schön. Jetzt überlege ich mir gerade, was wir noch uns bauen. Ach, den. Mensch. Den Hammer, den Hammer. Bergzeug. Auf jeden Fall Bergzeug. Ein Hammer. Ein Hammer. Spitzhacke, glaube ich, brauchen wir nicht. Nö, da haben wir unser ja. So. Ich schmelze mal gleich noch Kobalt ein. Ja, bitte. Ich möchte, möchtest du ein Hammerkop aus Kobold oder aus Manölo? Nein, aus Kobold. Manölo macht bloß die Halbbarkeit höher, aber Kobold ist abbaulär, wie schneller. Äh, die Gesichtsplatten nenne ich sie mal aus, äh, Magic Wood. Das ist wieder alles Magic Wood, genau. Oh, oh. Haben wir überhaupt noch genug? Na, ich hab noch 14. Gucken, ich hab hier noch ein paar Reste, ob man die eigentlich auch mal, ob das noch viel, aber das reicht, glaube ich nicht. Nee, reicht nicht. Äh, was ist mit denen? Rechnen die? Reicht auch nicht. Ich glaube, ich hab die Schmiede ganz gut hingekriegt. Äh, eins. Ja, es sind zwei Magic Wood. Dann mach doch erstmal, also für einen Hammer oder für beide Hammer? Für beide. Ja, mach doch erstmal einen. Für einen. Für einen. Ob vor allem läuft schon, ne? Ja. Oh, hier liegen zumindest schon wieder Alzums rum. Ja, aber reicht ja nicht, äh. Und verzaubern, ne? Oh, nur noch ne Pfütze drin. Ja, 38 und das reicht trotzdem noch nicht. Wir brauchen ja... Ja, dann. Müssen wir die Hammer wohl auf XP-Zeit verschieben? Wir wollten ja nochmal eine Runde Gaia-Bosse fahren. Da kriegen wir ja wieder ein bisschen. Genau. Äh, ich würde aber mal sagen, ich nehme mal ein paar Bücher. Die brauchen ja nur zwei oder so, ich gesagt. Äh, zwei brauchtest du noch, hast du jedenfalls gesagt zu mir. Ja, pass auf, dann machen wir es ganz einfach. Da kriegen wir noch einen Verzauberungstisch, danach haben wir Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Ein Glück habe ich schon alles da. Mal gucken, wie viel wir rauskriegen. Ich habe jetzt vier Bücher Level 1 gemacht. Ach, da hast du bloß ein Magic hier wo draus, ne? Äh, ja, leider habe ich 6. 14, 20, 21, ich habe mal umgebaut, ne? 22, mal gucken, wie... Wie... Mh. Drei. Weißt du, wofür's endlich Zeit wird? Was? Es wird unbedingt Zeit für... die, ähm, lately. Cliac glass und sowas. Endlich... Beleuchtung haben. ...4. Hahaha. ihn ausgetrickst. Mag nämlich diese Fackel nicht auf dem Boden. Ah, Implosion 1 habe ich gekriegt. Implosion 1? Hört sich so böse an. Ich habe ein bisschen getrickst. Ja, mein Enderman in der Mobfarm. Ich höre ihn. Und da ist 8. Na, das schaffen wir noch in der Zeit, würde ich sagen. Dann nennen wir Hobby Galoppi. Oh, jetzt hat er mir auch alles umgebaut. Guck mal, jetzt hat er die ganze Sache hierin geschmissen. Als wenn die nix wert sind. Das stimmt nicht, die lagen da zuerst. Ich habe bloß nicht die neue Antidea-Tour nochmal aufgestellt, weil eine, denke ich, reicht. So. Für den Griff reicht das ja nicht. Für den Griff reicht das nicht. Was machen wir da? Ja, Magical Wood, ne? Sag ich mal. Ist halt das Beste. Ja, nett. Was soll's. Dann können wir leider nicht mehr machen, erst mal. Cobalt. Denn ich kriege das schon wieder nicht rausgegossen. Hast du wieder was Falsches drin, die? Ne. Cobalt. Und das ist Stonehammerhead. Ja. Da musst du erst mal eine Goldform von machen. Ach. Es ist ja schon wieder zu spät heute. Aber egal. Die Schmiede ist ausgeleuchtet und das ohne Fackeln. Yay. Ich höre. Co. Hab ich jetzt coole drunter? Ja. Das hier geht mir noch auf den Keks. Ja, ein bisschen werde ich hier jetzt noch immer hin und her rumbauen, schick bauen. Auf jeden Fall. Ich lege gerade das auf meinen Tischen, was spawnen kann. Das kannst du auch nicht so lassen, ne? Nein, und ich kann hier nichts setzen. Verdammt. Ah. Ich habe Schwertklinge. Außer Schankbereich. Ach, ich kann es oben gegensetzen. Ah. Brauche ich hier auch noch eins rein. Darf nur nicht gegen die Wand, die denn nicht mehr unser Chunk ist, setzen. Ah, ich habe eine Fackel übersehen. Ich hole mir nochmal ein Cluster. Ist das jetzt nur der Robuste oder... Ich glaube, es ist der Robuste. Haben wir jetzt einen Robusten? Ja. Da. Ach so, aus Gewohnheit fange ich immer an und tue mich, ne? Ach so, ja. Das ist bei mir auch ganz toll. Weil bisher alles einfach nach unten war. So. Das ist auch beleuchtet. Ich denke, unsere Schmiede ist schon mal... nicht verkehrt geworden. Ja. Guck mal, ich brauche was Schönes für dich. Warten bitte ich... Das Müll. Weiß ich mal kurz. Raus. Oh, es regnet. Oh, mich hat das Gerät beschossen. Aua. Hast du mich beschossen? Ja. Das Gerät. Was hast du denn schön... Ach, ich habe ihn schon. Hast du den Griff jetzt auch aus Kobalt gemacht? Ja, ich hoffe mal, dass wir den dann umtauschen können. Ich weiß nur nicht, ob das drin ist, ob man die Sachen umtauschen kann. Äh, könnten wir eigentlich... Gut, ich sage mal, beim Hammer... Beim Hammer hätten wir eigentlich auch komplett aus Kobalt machen können. Ich glaube, da ist das gar nicht ganz so wichtig. Ja, äh, was kann ich jetzt... Ach, was... Ne. Doch, müsste ich doch mal... Äh... Ja, genau. Kannst du austauschen. Du kannst die Sachen austauschen. Ja. Ja, schön. Ich habe jetzt ja das Hab hier und da hatte ich ja eine Manöhnungklinge und könnte da jetzt... Äh... eine Kobaltklinge aufmachen. Halbbarkeit noch was. Die hat mehr. Angriff. 2,5. Ja. Ach, ich tue mich schon wieder. Ups. Also, ich würde sagen, wir beenden jetzt die Folge. Jetzt haben wir euch mal so ein bisschen gezeigt, wie man so ein paar Sachen macht. Und... Wie man es nicht macht. Und wie man es nicht macht, genau. Ja, man ist gezeigt. Und das sind jetzt unsere neuen Waffen. Ich habe meine Dame da reingelegt. Ich bin gleich fertig. Ich muss noch einen Spark wieder ansetzen. Wenn wir jetzt... Wenn wir uns jetzt irgendwie was Neues bauen, werden wir euch das zeigen, aus was das gebaut wird oder wie wir es gemacht haben. Das werden wir euch zeigen. Und vielleicht sehen wir... Vielleicht sehen wir uns ja in der nächsten Folge wieder beim Gaia-Kampf. Oder was? Ich glaube, als nächstes nehmen wir Gaia-Kampf auf. Warum nicht? Ja. Okay, nur zehn Stück. Nur zehn. Vielleicht kriegen wir auch... Du hast abgefahrtet. Ja. Aua. Aua. Du schlägst mich nur, weil ich schwarz bin. Ja. Ich gucke, kannst du halt nach oben rum. Los. Sieht man eigentlich meinen Mund, wenn ich nach oben gucke? Warte mal. Ja. Dass du unten auf dem Öff, so wie du den gemacht hast. Ich sabber. Stört mich nicht. Ich habe mir hier gleich eine Rüstung. Aber ich habe ja eine Ahnung. Hast du eine Ahnung, kriegst du trotzdem Schaden? Das ist schon mal gut. Aber. Oh, was ist das denn? Ja. Alter. Was willst du denn tun? Hä? Was hast du denn jetzt gemacht? Alter, hör auf. Ich zeige dir meine Zauberstäbe. Ach, ich zeige dir meine Zauberstäbe. Die wolltest du auch nochmal zeigen in der nächsten Folge, ne? Machen wir in der nächsten Folge. Ja, das müssen wir auch noch machen. So. Es war wieder sehr lustig. Wir sehen uns in der nächsten Folge beim Gajab. Pass auf. Du kannst noch ein schönes Bild machen. Jetzt hier. Im Feuer. Im Feuer. Dann sind wir zwei heiße Typen. Ist dir auch so warm? Ja, ist mir auch warm. Warm. Tschüss. Tschüss.